Hallo und willkommen in einer neuen Aufnahme von Fizzi Bees Infinity Evolved Skyblock Xperiment zusammen mit der lieben Blue Jenny. Halli und Hallo und natürlich mit den lieben Silenzen. Hallöchen, hier hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh. Bitte nachahme da aufstellen, wenn du eh schon unten bei bist. Äh ja, ich habe jetzt endlich rausgefunden wie der blöde Turning Table funktioniert. Wir brauchen eine blöde Bad Box dazwischen. Warum auch immer es zwei Crafting Rezepte dafür gibt. So ne, zwei. Gut. Ich brauche doch noch mehr. So. Dann. Mach ich gleich mal ein paar mehr von. Äh, dann brauche ich noch davon ein paar. Äh, mach ich mir einfach mal 20 Stück. So. Dann hab ich drei Batterien. Boah. Alter, meine Stimme versack grad. Haha. Hör auf. Haha. Hör auf. Du quietsche Tante. Ich quietsche nicht. Ja, tu mich auch. Also. Switch Tank. Dann. Kommt das da rein mit dem da. Ja, funktioniert. Ja, funktioniert. Oh, perfekt. Wunderbest. Was? Du sterbender Schwan. Hä? Ich hab gehört. Ach, sind welche gespawnt? Zwei. War das gut? Äh. Ah, ja. Er gibt Energie ab. Nee. 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 Aber er reicht scheinbar nicht. Noch nicht. Die lassen sich grad schwängern. Warum? Warum schwängerst du Kühe? Das möchtest du nicht wissen. Nein, nein. Das möchtest du nicht wissen. Warum? Toll, jetzt müssen da Motoren rein, oder was? Äh. Ja, bist du also im Sheet Mode? Es hat keiner gesehen. Ja, 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 ja. Äh. Hä? Och, Mann. Kannst du mir bitte ein paar electric Motoren machen? Electric Motoren? Ja. Ey, das... Das gibt's doch nicht. So. Das ist so nervig grade. Achso, electric Motoren, ja. Kann ich machen. Gut. Ähm. Ich bin unten. Nur so nebenbei. Ja, und? Ich wollte die Sachen rausholen, damit ich die electric Motoren machen. Komm. Ah, okay. 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 Ja, okay. Okay. Ach, du nervst mal wieder. Und warum hast du mir den Hammer weggenommen? Weil du der Hammer bist? Dein Ernst? Ah, ja. Ah, ja. Äh. Mann. Nichts mehr. Du musst auch nichts sagen. Hm. Das ist gesünder. Alles. Also, du hast auch das ganze Gummi rausgenommen, oder? Nein, hab ich nicht. Glaube ich irgendwie nicht. Ich... Ich habe noch kein... Ach, das tut weh. Kein Gummi rausgenommen. Was hast du denn jetzt? Krampf in der Wade. Okay. Tut weh. So, wie viel brauche ich denn jedes Mal für... Acht. Acht mal sechs sind... Aua. 48. Mist, ich brauche noch mehr. Was ist denn jetzt? Sollen wir aufhören? Nein, Krampf hat aufgehört. Alles gut. Bist du verwundet? Müssen wir den Sunny rufen. Alter, der wird mich auslachen. Haha, dich kenn ich doch. Kannst du mal bitte aufhören, die Sachen unten rauszunehmen? Mann. So, sechs Overclocker Upgrades. Boom. Bäh, bäh. Achso. Boom, bäh, bäh. So. Äh, das sind jetzt... Warte mal, ich krieg jetzt hier gleich noch ein. Vier, fünf... Sechs. Sechs. So. Äh, also ich brauche im besten Falle fünf Motoren. Im besten Falle. Ja. M. Hallo? Ach, ich brauche ja acht, nicht sechs. Lalalalalala. 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 Na, na, na. Du musst immer das letzte Wort haben, oder? Ja. Ja. Merke ich mir. Nihihi. Und ja, ich schreib's mir auf. Ab, 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 ab. Ach, ich hab schon wieder keine Eisenplatten mehr. Nicht von mir, Clown. Zu spät. Wack, weg. Nein, wir müssen den Kram halt automatisieren langsam. Ja, ich glaub das ist das geringste, geringste Problem. Nicht wirklich. Das ist so ziemlich das einzige Problem, was wir gerade haben. Naja, das sind halt die kleinen, aber das ist kein großes Problem. Ich kann's nicht sagen, als wär das ein großes Problem. Du möchtest ja auch. Es sind keine großen Probleme. Wenn du die alles, was du als Probleme ansiehst, zusammen nimmst, ist es sehr wenig. Und ich meine es nicht mal böse, oder so. Ich hau dir gleich eine runter. Meine ich auch nicht böse, oder so. Es hat halt alle Wunden, weißt du? Je nach jeder OP. Oh. Also, wir brauchen Upgrade. Und zwar am besten ein Stack Upgrade. 1, 2, 3, 4. Gib mir Redstone. Dann... Den restlichen Kram hier. Jetzt muss auch noch jemand bohren. Ernsthaft? Ja. Ja. Du bist ja ein Idiot. Ja, das bist du. Wie viel hast du gesagt, welchen Motoren? Drei. Du hast fünf gesagt. Kannst du auch fünf machen. Ja. Danke. Aufgeglückt, dass es jetzt reicht. Uh. Reicht immer noch nicht. Ich brauche noch drei Stück. Nochmal. Ja. Warum reicht denn der Mist jetzt nicht? Ach man, nervt mich das gerade schon wieder. Ich habe mir extra noch ein Tutorial gerade eingeguckt und es klappt trotzdem nicht. Iron? Achso. Ich habe ihn auf der falschen Seite angeschlossen. Ja. Ich habe ihn auf der falschen Seite angeschlossen. Sorry. Also muss ich keiner mehr croffen. Nein. Aber danke dir. Kein Problem. So. Ich kann nicht den Laser bauen. Wahrscheinlich habe ich jetzt alle anderen Sachen schon verkraftet, die ich dafür brauchte. Ähm. Ich brauche ein Energy Crystal. Habe ich keinen mehr? Hä? Ich habe da extra einen gebaut. Ah, mir tut was weh. Und was denn? Ich habe immer noch den Fuß in die Wade. Gerade. Ja. Ah. Was? Na, ich habe gerade was gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Wie war es am Ende der Aufnahme? Äh, neun Minuten. Okay. Also dauert noch ein paar Minütchen. Mhm. So. Kompressor. Genau. Der macht mir jetzt den Diamant. Und was hat mir da jetzt noch gefehlt? Den Advanced Circuit. Ach, Mist ey. Immerhin kann ich die beiden bauen. Hä? Habe ich da nicht welche von gemacht? Ja, habe ich. Das ist doch. So, dann den noch. Ich kann gleich endlich das Ding machen, wo ich seit. Mit, keine Ahnung, wieviel Monate drauf, äh, Wochen drauf arbeite. Wollte schon sagen, Monate? Fragezeichen. Wo ist der Advanced Circuit? Schau mich nicht so an, ich war es nicht. Nein, ich habe ihn noch nicht gecraftet. Kuh, geh wieder rein. Geh da rein, Kuh. Du fette Kuh. Meeeh. Ich habe den Mining Laser. Das heißt, ich kann jetzt die... Thermal Sentry... Meeeh. Meeeh. Ich will nicht mehr. Das ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Oh man. So, die beiden Coils. Kann ich natürlich auch... Ey, ich habe echt nichts. Ich habe hier wirklich nichts gerade mehr. Jetzt brauche ich auch noch eine Schere. Da. Oh man. Ich bin gerade echt am verzweifeln ein bisschen. Ich gerade auch. Ich versuche gerade eine Kuh dazu zu bringen, dass sie sich bewegt, aber sie ist fett und will sich nicht bewegen. Ähm. Du hast echt komische Probleme. Ich? Jemals. Doch, du. Geh wegfährt. Nein, Kuh. Geh rein, du Kuh. Geh rein. Geh rein. Weil die unartig waren. Das sind böse Kühe. Nun. Böse Kühe müssen bestraft werden. So wie du. Nein, ich muss nicht bestraft werden. Du bist aber eine böse Kuh. Du doofes Huhn. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Jenny. Ich habe fertig. Preiset es. Preiset es. Zereist es. Zereist es. Nein, bitte nicht. Ich habe jetzt wirklich die gesamten letzten paar Aufnahmen nur hier dran gearbeitet. An dieses eine einzige Item. Soll ich dir was sagen? Was? Wie viel Uhr ist es? Also wie weit ist es? 13 Minuten. Sehr gut. Denn ich bin fertig mit beiden meinen Aufgaben. So. Jetzt kann ich aber nochmal ganz kurz was anfangen. Und zwar brauchen wir für die Uran Fuel Rods. Brauchen wir enriched Uranium. Und dafür müssen wir unser Crushed Uranium Ore, was hier ist. Hier drüben reinpacken. Und sobald hier irgendwann die 3000 Grad Hitze aufgebaut ist, kriegen wir das Zeug raus. Ähm. Uh. Oh. Es häuft sich an. Das ist gut. Dann würde ich sagen. Nicht nicht unterschmeißen. Die beiden nehme ich mal raus. Oder komm ich nehme die drei raus. Dann brauche ich weniger. Muss ich weniger machen. Und die kommen hier mit rein. Geht das auch hier schneller? Nö. Mit was kann man Pferde anlocken? Äh. Keine Ahnung. Karotten? Keine Ahnung. Kills einfach. Dann haben wir Salami. War das nicht Lasagne? Wollte ich eigentlich auch sagen. Salami geht ja auch, aber Lasagne ist es doch eher. Ja. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich auch sagen. Masalanie. Masalanie. Dein Ernst? Okay. Ich muss neue Overclocker Upgrades bauen. Warte mal. Wenn ich überall eins reinpacke, reicht das dann aus? Ne. Wird auf Dauer immer noch weniger. Ja. Wie sieht es jetzt aus? Ich werde vom Pferd geleckt. Warum? Weil ich jetzt gerade versuche, ihn in Sicherheit zu schieben. Und deswegen wirst du geleckt von einem Pferd. Ja. Okay, gut. Das heißt, nochmal wieder Lapis. Toll. Ich brauche wieder mehr Overclocker Upgrades. Jetzt. Warte mal. Kriegen wir jetzt hier irgendwie wasserautomatisch rein? Sehr schön. Ähm. Gut. Wir sind bei 15.20. Ich würde die Folge gerne abbrechen. Dass wir noch ein paar Vorrat haben. Ich würde sagen. Fingern, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentarbewertungen da. etc. etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio. Woohoo. ver dai. Waaaloo. Bowow.